Ja, Freunde, das sieht wohl nicht so gut aus. Das habe ich nicht rausgefunden mit dem Controller. Recht analog, sich reindrücken. Zeigt ja, wer leer ist und wer nicht und wo was liegt. Let's go! Da steht schon Armbrustschütze auf dem Balken. Die Dicke. Okay, sie wollen alle eine Scheibe abhaben. Moin. Heu doch. Also zuerst muss ich sagen, ihr Auftreten, ihr Ausbruch, alle Grillen, die da an Wachen draußen stehen, das war schon ziemlich episch. Äh, das ist doch der Satz, den ich selber zugeschrieben hätte. Seit wir einander getroffen haben, freue ich mich darauf, euch zu töten. Sie wollte mich. Okay. Let's do it. So, Mausen, das ist da true. So, Schattenherz, äh, was machen wir denn mit dir? Nein, das war schon mal richtig verkehrt. Ähm. Stufe 5, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Schneesturm mit Blitz. Ähm. Ja, lass doch das machen. Krieg ich so 4? Ja, guck mal hier. Sie hat Gegenzauber angewendet. Gegenzauber, ich fass es nicht. Tatsache. Gut. Gibt's ein Zeichen des Jägers für dich? So, Will. Ich würde sagen, er hat 18 Decks, hat den, ähm, Elementarbogen. Hier ist eine Leiter, da komme ich nach oben. Machen wir das. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Nee, 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 nee. Springst du frei? Okay. Äh, ähm, ja. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, was Gail seine Aufgabe ist. Richtig viel Schaden machen mit Gift. Da bekomme ich zwei noch mit rein und da nur einen. Und dann machen wir doch das. So, so. Ah, guck dir die Zahlen an, so viel Schaden. Wunderbar. So, ich würde sagen, gebe ich mich nach vorne oder nach hinten? Ähm, auf jeden Fall würde ich erst mal eins machen. Nämlich dich rufen. Und hier in die Mitte setzen. Ah, okay, da muss ich ziemlich nah. Nicht genügend Bewegungsrate. Ähm, machen wir so. Von dem Fall, dass sie aus der Wolke raus wollen, kann ich sie immer noch an den Rand ziehen. Gut, ich bin dran. Gut, ich bin dran. Okay. Unsere Zauberslots sind nicht die besten. Ich habe magische Waffe, um meinen Crit zu ermöglichen. Solange wie ich magische Waffe habe, bekomme ich plus eins auf Schaden und den Angriffwurf selbst. Das heißt, die Chance, eine 19, 20, 18 zu würfeln, ist besser. Das heißt, ich muss jetzt mit der Crit-Waffe so gut es geht angreifen und meine Crit-Chance steigern. Okay, bringt gegen Hände von Harder gar nichts. Ähm... Jetzt muss ich nochmal gucken. Betäubender Schlag. 16, 15, 12. Kief-Hausschlag. Explosion ist die Aktion. Gut, dann mache ich das. So. Kief-Hausschlag. Extra-Angriff. Wird mir nichts bringen. 6 bis 13 reicht. Aus! Okay. Ähm... Wenn er, sie verstrickt ist und mich angreifen muss, kann ich mich um ihn kümmern. Dort heißt... Hm... Glücklich ist niederstreckend. Schabäm! Lebender, kritischer Treffer. Du hast noch 16. Kriegst du noch einer? Okay. Du bist hartnäckig. Henker. Einmal pro langer Rast. Ne, brauche ich jetzt nicht. Nehmen wir schon mal alles mit. So. Das war's. Dann kümmere ich mich erst mal um dich. Naja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ähm... Jetzt sind alle ziemlich verteilt, ne? So. Mein Hüter ist da. Ich könnte jetzt hier einen Engpass erzeugen. Was hätte ich denn noch Interessantes? Äh... Elementar... Bist du denn schon vergiftet? Ja. Gut. Und du? Ne. Giftschaden verwundbar machen. Nachteil? Ach, weil ich in der Wolke stehe. Gut. Dann mache ich es doch erst mal so. Beschwörung von Weidgeist. Okay. Beschwörung von... Weidgeist. Ich gehe wieder ins Dunkel. Wasserelementar. Mehrfachangriff. Sche... Bam. Ist hier noch jemand? Ne. Okay. So. Jetzt brauche ich. Ich gehe jetzt. Okay, Will muss zur Hilfe kommen. Schattenherz. Ich muss zu mir selbst. Reicht eigentlich schon, ne? Okay, ich muss mich selbst retten. Um... Orymory. Alright. Zurückstoßen. Schlaf. Zwei Züge. Der Gegner auf die Klüfe dritt. Wie steht's eigentlich aus? Kurz vor dem Tod, oder was? Oder sollte ich was anderes tun? Ah, hab ich nicht sowas gehabt, wie... Okay, ich könnte das aber nutzen. Ja, mach ich. Komm. So, jetzt aber. Ah, fuck. Okay, muss ich hier hin? Reicht das? Reicht. Bonus-Aktion! Heilung! Steh auf! So, mein Freund. Du willst ein Stück von mir. Kannst du haben. Key Resonanz. Faustschlag! So, jetzt könnte ich nochmal extra Angriff nutzen. Ja, sehr gut. Okay, okay. Also springen, verstricken und den ganzen Quatsch. Ähm, ich würd gern ein Stück zurück. Und zwar... Damit. Und viel Spaß! Waffe erhitzen. So, lass die mal schön fallen, wenn's wehtut. Das war's doch... Nee, das war's doch gar nicht. Damit. Ist die schon tot? Nicht mitbekommen. Immer schön Schlele halten. So. Okay. Ähm, da hin. Mir geht's nicht gut. Eitladung, Hand auf... Warte mal, warte mal. Wieso wird mir denn immer... Wieso wird mir denn immer meine Aktion geklaut? Ich raff es nicht. Schutz vor Gift. Ich könnte nochmal heilen. Wenn ich's denn kann. Nee, ich kann nur das. Aber ich kann dich so lange vor Angriffen schützen. Ja. Ah, pass mal auf. Ich versuch mal einen tollen Trick. Ach, er wird auch zurückgeschleudert. Ich dachte, der bleibt fest. Schade. Ich dachte, ich kann sie in sein Angriffsradius schleudern. Okay. Ähm, das hat nichts gebracht. Wieder daneben geklickt, weil ich so schnell bin. Guck's dir an. Es ist... Das irritiert mich immer. Ich frage mich, wieso was in so einem Spiel überhaupt existieren kann. Ähm. Zählot, sieben. Nehme ich euch beide. Wasser, Elementar. Mach dein Ding. Also, dass wir den daneben klicken, dass das überhaupt eine Option ist, ist die dümmste Idee, die es überhaupt gibt. So, ich stell mich schützend vor dich. Ja, mein Grid hat bisher noch nichts gebracht, ne. War eine sehr überraschende... Anzahl an... Gegnern. Aber immerhin bin ich nicht tot-tod. Wo gehst du hin? Wiederbeleben. Gegenstandsabwehren. Zurückschwerfen. Hier, bitte. Aua. Habe ich keine Key-Punkte mehr? Autschi. Von nicht nur vorn. Shit. Schubs ich dich. Hehehe. Okay. Stufe 2. Nochmal einen schönen Säurepfeil raushauen. So. Ah, wunderbar. So, kann ich dir noch nicht genügend Ressourcen. Also, das ist wohl das höchste Trigger-Gefühl. Wenn Beiderskater sagt, nicht genügend Ressourcen, könnte ich durchdrehen. Äh, heilen kann ich gar nicht mehr. Das heißt, ich gebe mir temporär. Sehr gut. So, und jetzt greife ich wenigstens nochmal an. Panker. Kritischer Treffer. Und verängstigt. Sehr gut. Holy moly. Was ein Kampf, was ein Kampf. Sehr, sehr anstrengend. Nachteile. Nachteile. Noch nicht tot? Interessant. 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 Okay. Ja, dann reicht doch ein Säurepfeil. Jungs, oder? Es steht leider zu weit auseinander. Ich hoffe, dass es ausreicht, dass sie im nächsten Zug von den Splash Schaden bekommen. Ähm, ähm. Äh. Äh. Oh, Gott. Ah, ich kann nicht... Ah, es ist so... Gut. So, noch ein Gegner. Geh doch weg. Hau doch einfach ab, Mensch. So, Will. Du bekommst den letzten... Ah, es wird nicht reichen. Nicht so nah genug. Doch. So. Okay, looten. Alter Schwede, das war ein Spaß. Komm raus. Okay. Was wollt ihr von mir? Aktion, Aktion. Schade. Oh, oh. Mit unseren Haltungen? Wuhi. Oh, oh. Bist du arisch lachend? Ha, ha. Okay. So, Feuer, Elementar. Zeig mal. Und Asche. Ja, ist ja gut jetzt. Nicht tot. Will, ist alles gut? Springen. Springen. Ohne Saktion. Springen. Ah, okay. Ich hab nicht mehr mal drei Meter übrig, deswegen darf ich nicht springen. Also, Bewegungsraten sind wohl das Schlimmste. Dann halt in der nächsten Runde. Kampf, auch schreck ich mich. Aufgeben. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gebracht hat. Aber das wird beendet. Ich kann nicht schlafen bleiben. Welcher Weg liegt vor mir? 60. Cantrip. 75. Gibt's immer noch... Ach, sie ist das. Ah, verstehe. Ja. So, raus aus Gates. Dunkelheit. Bogenspaß. Und los. Und noch einen. Bist du noch? Ja, du bist noch. Und dann sind alle weg. Juh. Juh. Was hast du getan? Was hast du getan zu mir? Was hast du verdienst? Ne, sterblich. Ja. So, jetzt will ich erstmal gucken. Was ich immer verpasst habe und nicht mitbekommen habe, dass wenn ich drauf bleibe nach einer Sekunde, was dumm ist, weil wenn ich durchscrolle und schnell bin, merke ich immer nicht, ob da irgendwas... Guck mal. Also, wie lange ich drüber bleiben muss, damit dann hier... Vor allen Dingen, es reicht nicht nur auf den Text, es muss... Ja. Okay, einschüchtern ist das Ding. Und das ist easy. 21, 30, das war schwer, Alter. Ich will ja immer noch Eidbrecher werden. Ich will die Option für Eidbrecher haben. Und als Paladin der Rache, der Jagd, muss ich Leute verschonen. Einschüchtern. Das Beste, was es gibt. Ja, da habe ich... Göttliche Führung, Übung. Keine Übung. Keine Übung. Einschüchtern. Wieder 30. Okay. Okay. Also, eine 20 und eine D3 bei göttlicher Führung oder eine 19 und eine D4. Äh... Und eine 2. Okay, ich brauche eine 20 oder eine 19, damit irgendwas passiert. 4. Es ist halt immer noch Zufall, ne? Das, was im Computerspiel im Hintergrund abläuft, wird hier langsam im Vordergrund gemacht. Kritischer Erfolg! Boah, so wieder! What? Es ist so gut, dass der kritische Erfolg automatisch zum Erfolg führt. Das ist eigentlich all... all das ist es eigentlich, was die Bösen wollen, dass es vorbei ist. Das, dass der Schmerz aufhört. Warum werden Antagonisten sonst böse? Weil sie... dahin getrieben wurden. Wenige entscheiden sich dafür. Ich kann euch helfen, Gitterreg, wenn ihr mich lasst. So, also. Eilbrecher ist das Hauptziel. Kommt friedlich mit, dann verschone ich euch. Es wird nie langweilig, seine Feindkauern zu sehen. Ähm... Komm, wir spielen den Guten. Er war klar, dass sie kommt. Eilin. Eilin. Reise, ihr Hund. Retribution hat gekommen. Und ihr Speer ist meine Speer. Eilin. Da hätte ich mich raus. Ich hatte, dass du kommst. Ha, ha, ha. Freie von deinen Schecken. Freie von den Päts, die du auf mich verletzt hast, für 100 Jahre. Ich schreckle dich, mein Mann. Nichts schreckle mich. Nichts mehr. Let us finish this, Aelin. I have a price to pay for my power. It will cost me your life. For my own, I have already paid. You have one last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Ich will ihn doch verschonen. Wieso war da jetzt so ein Assi zum Schluss? Wow! Ernsthaft? Nach all dem Shit? Nach der 30 kämpfe ich doch gegen ihn? Okay. Gut. Wo ist er denn jetzt hin? Gerade lag er noch vor ihr. 18er, ne? Komm, die macht... Die macht will platt. So, Nummer 1 ist schon mal weg. So. Euch machen wir platt. Mit nem großen, schönen 18er Zauber. Das bringt nur Eis. Das macht nix. Also 40 ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Das ist schon ein bisschen übertrieben, aber gut. So, Thorne. Ich würd gerne mal meine Ansteckung an dir ausprobieren. Blende... Blende... Blendende Krankheit. Was ist er überhaupt? Auch hat er Schutz, ist er aus dem Paladin. Das heißt, er hat Charisma. Rettungswürfen und Nachteil. Er hat schwer gerüstet. Der wird nicht viel Geschicklichkeit haben. Schleimige Verdammnis. Okay, ich versuch Geschicklichkeit. Soweit komm ich aber nicht. Dann nehmen wir die gute, alte Giftwolke. Zwar so lange, dass ihr beide drin seid. Viel Spaß. Also ich... Das Spiel verweigert mir den Weg... des guten, bösen Paladins. Es ist unfassbar. Unfassbar. Ganz einfach. So, weit meint. Ähm... Es geht nicht über... Skeletthüller. So, Feuerelementar. Ähm... Der AOE-Angriff muss genutzt werden für die Mobs. Sehr schön. Und dann gibt's einen fetten Teleport. Äh... Hinter dich, damit du eventuell betrot bist. Äh, nicht ganz. Okay. Null. Ist er immun? Gut. Noch ein Tod ausbrüten. Okay. Er ist die Mühe gegen Gift. Das ist nicht so schön. So, er spielt den Tank und stellt sich nach vorn. Oh... Ich dachte schon, ich kann sie lenken. Gut. Zeit... ...meine Arbeit zu machen. Ähm... Hab ich Zeichen des Jägers genutzt? Ja, Tatsache. Äh, gut. Dann reicht es ja... Nicht dich. Einfach. Elegant. Zielpunkt nicht erreichbar. Willst du mich verarschen? Ich weiß nicht. Nee, das hebe ich mir von vorn auf. Ich hab ihm... Ich wollte ihm alles geben. Alles. Mein Vertrauen. Was hat er da gemacht? Nichts. Kritische Treffer kann ich jetzt nicht gebrauchen. Okay. Gut Will. Äh... Kleiner Mann. Große Wirkungen. Auf geht's. Angriff. Kritischer Fehlschlag. Wunderschön. So wünsche ich mir das. Äh... Key Resonanz-V-Schlag. Extra Angriff. Tod. Key Resonanz-V-Ausschlag. Bonusaktion. Immer doch. Key Resonanz-Detonation. Auf Wiedersehen. Sicherheit bringen. Schattenherz. 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 Äh... Feuerruhner. Und tot. Beinah. Beinah. Zeichen des Jägers und switchen. Auf Thorn. Zug beendet. Wop, 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 Gale. Ähm, du darfst gerne den komischen Zombie mit einem Cantrip angreifen. Vielleicht reicht es ja. Sechs. Reicht. So. Und nun werde ich meinen restlichen Weg gehen. Und aus Spaß. Stufe 4. Nee. Danke. Komm zur Unterstützung. Ups. Gegen Gift zur Not immun zu sein. So, und jetzt verstricke ich euch. Ihr werdet gebunden. Hätten es überhaupt gelungen. Kacke. Okay. Euer Elementar. Drehung. Die Wolke stört. Und rein. So. Dann ist ja fast nur noch Thorn und... Ach ja. Ups. Ähm. Das sind beides Paladine und ganz wahrscheinlich Altbrecher, ne? So. Tot. Was machst du nun? Umzingelt. Okay. Ähm. Ähm. Habe ich mal aufgehoben. Jetzt zweimal Zeichen des Jägers. Geil. Einmal Energie und einmal irgendwas anderes. So, und jetzt gibt es noch ein Stufe 2 Niederstrecken. Kann ich damit schon krippen? 35. Nee. Reicht nicht aus. Gegner verdammen. Hat das wohl einen Nachteil? Ist eine von komplette Aktion. Okay. Pass auf. Ich mach Stufe 1. Hänker. Kritz. Äh. Äh. Natürlich. All das für nichts. Ich befreie sie, nichts passiert. Ich verschone ihn, nichts passiert. Holy moly. Nichts bekomme ich. Der Sieg über den großen Bösen wird mir nicht gewährt. Okay. Kein besonderer Loot. Mhm, 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 mhm. Oh. Zuschlagen, Ghulhant. Okay. Ja, für einen nekrotischen Bild. So. Auf in den hohen Turm. Äh, du blickst in das Loch, das entstand, als der Tentakekiller wegen der Dunkelheit zog. Wirst du ihn hinterher springen? Do you want him more? Dann wird es doch noch Zeit, das zu müssen. Ja, macht jetzt eigentlich gar nicht mehr viel Unterschied, ne? Wahrscheinlich muss ich erst alle Inneren freischalten, um die Äußeren zu bekommen. Oder? Bekomme ich das jetzt ab? Ein Level. Okay. Erstmal in Eingeweiden rumwühlen und angreifen. Ist das ja vom Anfang? Ach, die halten mich wieder für einen Verbundenen. Stimmt. Okay. Das wird doch lustig in der nächsten Folge. Okay.